Seit 16 Uhr jetzt fangen die 53 Briefwahrteams an, diese Unterlagen vorzuprüfen. Also wir haben dieses Jahr wirklich bei der Wahlleferakquise-Schwierigkeiten gehabt, jetzt am Wahltag auch noch einige Absagen bekommen durch verschiedene Erkrankungen. Es gab über Telegram die Information, dass die Stimmzettel in Cottbus ja nicht korrekt sind. Ja, heute Oberbürgermeisterwahl in Cottbus. Ich frage erst noch mal, wir wollen so einen kleinen aktuellen Stand einfangen. Wie ist denn die Wahlbeteiligung? Was kann aktuell gesagt werden? Ja, wir haben zum Stand 14 Uhr die Wahlbeteiligung abgefragt in den Wahllokalen. Die schwankte dort zwischen 9, knapp 10 Prozent bis 35 Prozent in den einzelnen Wahllokalen. Insgesamt im Schnitt um 23 Prozent. Und wenn man die Briefe mit dazu zählt, haben wir um 14 Uhr eine Wahlbeteiligung gehabt von ungefähr 45 Prozent. Das wäre der Durchschnittswert der letzten OB-Wahlen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Im Großen und Ganzen damit erstmal zufrieden oder wie sieht es da aus? Ja, wir sind mit jedem Wähler, der zu uns kommt zufrieden natürlich. Natürlich ist eine demokratische Möglichkeit, sich an Entscheidungen zu beteiligen. Ich hoffe noch ein bisschen, dass zwischen 14 und 18 Uhr noch viel mehr Wählerinnen und Wähler zu den Wahllonen eilen. Jetzt hier im Oberstufenzentrum wird ja die Briefwahl, sage ich mal, ausgezählt. Wie geht man hier aktuell vor? Wie sieht es hier jetzt aus? Bei der Briefwahl müssen wir also, wenn man ohne Wahllokal, hat man nur die Stimmzettel auszuzählen. Bei der Briefwahl sind ja mehr Unterlagen noch zu prüfen. Deswegen wird da seit 16 Uhr jetzt, fangen die 53 Briefwahlteams an, diese Unterlagen vorzuprüfen, die Erklärung zu prüfen und so weiter und so fort, damit um 18 Uhr dann die Zählung hier genauso beginnen kann wie im Ohnen-Wahl-Lokalen. Nicht alle Wahlhelfer sind heute mit dabei oder können seit dem Morgen mit dabei sein. Woran liegt das? Und ja, ist es trotzdem ausreichend, sind es ausreichend Leute, die hier vor Ort sind? Also wir haben dieses Jahr wirklich bei der Wahllärfer Akquise-Schwierigkeiten gehabt, jetzt am Wahltag auch noch einige Absagen bekommen durch verschiedene Erkrankungen. Haben es auch hinbekommen, das so zu steuern, dass wir überall mit dem Mindestbestand an Personen, also fünf Leute, auszielen können. Ansonsten gab es irgendwelche Vorkommnisse? Ich glaube, über Telegram soll ja ein bisschen was abgegangen sein. Ja, es gab über Telegram die Information, dass die Stimmzettel im Cottbus ja nicht korrekt sind. Das heißt, bei einigen sind oben die Ecken rumrechtsabgeschnitten. Die Erklärung ist, bei allen sind die Ecken rumrechtsabgeschnitten. Es geht einfach darum, wir haben Menschen mit Sehbehinderung, es gibt entsprechende Schablonen, die vorbereitet wurden vom Sehbehindertenverband. Und damit die Menschen mit Sehbehinderung diese Schablonen richtig nutzen und den Stimmzettel richtig rum einlegen und ihren Willen quasi auch entsprechend artikulieren können, ist diese Ecke oben eingefügt, aber bei allen Stimmzetteln. So, wann kann es mit den ersten Ergebnissen gerechnet werden, beziehungsweise wie geht es dann im Anschluss weiter? Also wir denken immer noch, dass zwischen 18.20 und 18.30 die ersten Ergebnisse eingespielt werden, die auf unserer Homepage sichtbar sein werden. Und dann schauen wir, wenn ein Bewerber, eine Bewerberin die 50 Prozent erreicht oder überschreitet, dann hat sie die, hat er, hat sie oder er die Wahl gewonnen. Wenn es keiner erreicht, dieses Quorum, dann wird geguckt, welche beiden Kandidaten die meisten Ergebnisse, Kandidaten die meisten Ergebnisse, das höchste Ergebnis erreicht haben. Und dann würden die beiden dann in die Stichwahl gehen und ab morgen wollen wir dann die Stimmzettel drucken, die neuen. Und dann wird nächste Woche das Prozedere von vorne beginnen bis zum Stichwahl am 9. Oktober. Es bleibt spannend. Vielen Dank. Dankeschön.